Hallo und willkommen zurück zu Let's Play! Left 4 Dead! Mit... CuteFox-RP und mehr, ja. Wir sind jetzt beide Sacriftees! Und ja, das ist das letzte Kapitel mit 3 Leveln. Und dann haben wir's durch. Jo. Schade, ne? Ja, dieser kleine Stück könnte jetzt auch mal laden. Genau. Genau. Genau! Yo! Wir kommen mit einer Bahn an. Oh, die Bahn wurde ja nicht von Zombies irgendwie. Okay. ZOI fliegt! Oh yeah! Warum ist das Spiel gerade auf Englisch? Ehhh... Keine Ahnung. Das ist sehr mysteriös, dass es jetzt hier gerade im Moment auf Englisch ist. Vielleicht ist es ja jetzt mal Uncut, wer weiß. Warum hast du Cut? Jaja, ich hab doch, ich lebe doch in Deutschland. Ah ja, du hast die Cut-Version? Ah ja ja ja. Ja, ist immer noch Cut, was soll der Scheiß? Das ist doch Dings, ähm, Uncut-Patch. Das darf man aber nicht in Deutschland, hallo? Ähm... Wär mir egal. Nein! Das geht mal gar nicht. Du weißt schon, dass es auch andere Leute, ähm... Uncut-Patches gemacht haben, auch für andere Spiele, wie für... Ich hab sogar den Uncut. Hab ich auch auf meinem PC, aber... Keine Ahnung, ich hab irgendwie immer das aufgenommen. Es ist mir eigentlich auch scheiße geil gewesen. Okay. Alter! Ich lege! Ich lege! Nicht mehr. Ich brauch Hilfe! Nicht... Ey, meinst du, der lebt noch? Oh, ein Bildschirm, yeah! Der lebt nicht mehr, Mann! Der da? Warte, ich prüfe mal schnell! Er ist tot! Wer hat mich jetzt da runtergeschubst? Hehehe Das ist eine Witch, Bitch! Eine Pipebomb! Wo ist die Bitch? Warte, ich schaue sie auf! Warum muss die Pipebomb-Bomb gehen jetzt? Ne, ich kann fliegen! Ich hab die Witch aufgefallen! Ich hab die Witch aufgefallen! Ich hab die Witch aufgefallen! Danke, dass ihr mir immer so früh helft! Bitte! Das war ein ironisches Danke, Mann! Ich glaube, ich fliege! Fliege ich? Nein, du sitzt auf Mülltüten! Ach, du sind Mülltüten? Ich sehe hier keinen! Nein, ich hab die Grafik auch zu... niedrig gestellt! Ach, Gott sei Dank, Mann! Gib's die Pomp-Gon! Warm, Junge! Ich hab die Folge fisset hier gerade! Leg! Ja! Boah, jetzt kommt voll die gute Musik! Ah, ich höre nichts! Toll! Ah! Benzin-Konister! Ah! I love it! Also, ähm, ja... Hi, Zombie! Boom! Mysteriös! Warum brennt's dir? Warum brenn ich? Ah! Oh, äh... Gängst du hier rein? Da in diesem... Hm! Warum gehst du durchs Fenster? Weil ich's kann! Ne, ich bin hinten rumgegangen! Ah! Oh, hin? Oh, mein Zahn tut grad voll weh! Oh! Oh, der Zahn tut richtig dolle weh, Alter! Scheiße! Ganz böse! Äh, warte, wir müssen hier rauf! Der PC ist runtergefallen! Und das Neck abgebrochen! Oh mein Gott! Wie realistisch! Nein! Das ist die Heizung abgebrochen! Nein! Das ist die Heizung abgebrochen! LOL! Warum LOL? Einfach nur so, weil ich's kann! Ahahaha! Wow, ich brenn schon wieder, euer kleinen Maden! Ja! Du wolltest reinreden! Ich lauf doch nicht freiwillig da rein! Nein! Nur einfach! Wegen! 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 So, ich nehm jetzt mal die Scout! Boom! 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 Bremsor ein! Oh du, ist es angekotzt! Ich war ganz kurz angekotzt! Ich war ganz kurz angekotzt! Und jetzt, soll ich noch mal den Tank holen? Ja, hol. Alles machen! Ok Das hört sich schon sehr gut an Sehr schön Anabtong Opening this motherfucking door Hi Tank Ouch Wie das gemacht ist, dass der da direkt mal ein Tank raushaut Tank schon tot? Nee Oh hier Was ein Fail Wow, der Tank hatte es hier gemütlich Warum? Schön alles rot Alter, war der das bestimmt? Ja So, und jetzt open the door Kommt jetzt noch einer? Nee, nee, ich glaub nicht Warum ist deine Taschenlampe? Oh, der Franz- Franz-Lied am Boden Was wäre denn interessiert? Der braucht Franz-Lied Ist das hier ne? Nee, echt, warte mal Nee, okay Wo müssen wir lang? Hier lang Okay, auch nicht Ist das hier ein Laborant? Was ist das hier? Warte, 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 warte Ich hab den Web-Score mal gespielt Aha Hier geht's lang Gehen wir doch wieder zurück? Oder auch nicht Nein Den knall ich ab da oben Ba-bam Ba-ba-ba-bam Ba-ba-ba-bam Blark 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 Ich hab mich zu hauen Ja, ich werd gerade gelutscht Ach, klick am Boden Ach, wer ist es, Luis, hallo Luis, du hast ein big dick Not Ja Hier ist ne Witch schon wieder Yay, meine Oh mein Gott Hilfe, 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 Hilfe Ich komme Zu spät Nein, ich hab es nicht Ich hab nur noch sechs Leben, Mann So Doch, du schaffst das Ich lebe wieder Denn der Mensch heißt Mensch Oh, Medipack, mein Weil er vergisst, weil er verherdrängt Das ist soooonnenzeit Boomer Nochmal Medipack Tank kommt Ich hör'n Tank Wo? Ich will das Medipack haben Wo ist denn das Medipack? Da Hallo oben Lass mich schon mal in Ruhe hier auften Was war das für ne Mega-Explosion gerade? Äh, meine Rohrbombe Mehr nicht Wo war das so ne krassere Explosion? Weil sehr viele Zombies Ja, fick dich Was war das? Was war das? Was war das? Und ein Hunter Ähm, wo ist die Dinge? Saferoom? Wo? A voller Saferoom, ich sehe nichts Ich sehe den Saferoom, Ned Ich sehe den Saferoom, Ned Hab ihn! Okay Okay, dann mach ich noch schnell einheizen Ein wenig Für die Zombies Alter! Warte, hier! Wo ist das? Wow so viele Medipacks, alles für mich Hey wir lassen gerade Francis verrecken Noob, learn to play. So, das war's dann für diesen Papa, für Left 4 Dead und ich werde zacken. Ja. Tschüss. Tschüss.